Ich warte hier auf den Radio Q Science Slam. 10. Januar, 20 Uhr in der Clubschiene. Da geht das goldene Gehirn wieder an den Nachwuchswissenschaftler oder die Nachwuchswissenschaftlerin, der oder die ihr Forschungsgebiet in zehn Minuten am knackigsten präsentieren kann. Ja, und so lange sitze ich hier noch um. Tag. Tag. Wartest du auch auf den Science Slam? Ja. 10. Januar, Montag, 20 Uhr. Clubschiene. Clubschiene. Ich weiß, ja. Das war's. Das war's. Ich weiß nicht. Ich weiß nicht. Ich weiß nicht. Vielen Dank.